Ich möchte nun zeigen, wie man Kreisbrüche im Tor erstellen kann. Dazu brauche ich zunächst einmal ein neues Tabellendokument. Und da tippe ich einfach die Zahlen 1, 1, 1 untereinander ein, markiere die und erstelle daraus ein Diagramm. Und zwar ein Kreisdiagramm. Jetzt muss ich in dieses Kreisdiagramm reinklicken, sodass ich hier diese drei Punkte markiert sehe. Und dann kann ich die hier kopieren und hier auch einfügen, indem ich auf Einfügen, Bearbeiten, Inhalte einfügen, Inhalte einfügen gehe. Und das jetzt als Graphics Device Datei einfüge. Und jetzt kann ich hier mit Rechtsklick das gesamte Konstrukt aufbrechen. Eins markieren und dann hier in der Seitenanleiste die Füllung auf Farbe setzen und auf Weiß und dann hier die Linie auf Schwarz setzen. Damit ich das nicht bei den anderen machen muss, geht es ganz einfach, indem ich hier den Pinsel benutze und das hier jetzt übertrage. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier, erstmal gruppiere ich das Ganze, damit das nicht verrutscht. Und jetzt kann ich hier die Gruppierung betreten, das hier einmal grau, ups, Z führt zurück. Die Farbe hier ändern auf Grau und dann wieder verlassen. Das Ganze kann ich jetzt kleiner ziehen. Und zwar drücke ich dabei die Shift-Taste. Dann wird das nämlich im Verhältnis kleiner gemacht und verzerrt sich dann nicht. Und jetzt möchte ich noch einmal das beschriften mit einem Bruch. Dazu gehe ich auf Einfügen, Rodeobjekt Formel und kann jetzt hier einen Bruch eingeben. Tippe hier rein, die 1 und die 3. Und dann habe ich hier meinen Bruch und den kann ich jetzt hier zum Beispiel darauf ziehen. Falls du Fragen oder Anregungen hast oder einfach nur Material austauschen möchtest, freue ich mich, wenn du auf meinen Server bei Discord kommst, Mathe mit Draw. Den Link zu der Einladung, den findest du unter dem Video.